Ja und was soll ich sagen, ich habe mir jetzt mal ein Let's Play angeguckt von Gronkh, Part 15 ist er dann so weit wie ich und ja, mir ist aufgefallen, dass er erst zum Ende gemerkt hat, dass er mit dem Geistermodus durch diese Laser kommt, also Moment, dass er hier durchkommt, mit dem Geistermodus, er ist ja nicht mehr so durchlaufen. Also und wurde dann halt von er getötet und wenn er getötet wurde, ja, das ist das ganz Besondere, dann hat er einfach neu gestartet, also seinen Quick-Safe gemacht und geladen, ich weiß nicht, ob er das nicht wusste, dass man sterben kann und sich denn das einsammeln kann und habe das entdeckt. Ja, ich bin immer hier lang gegangen, habe es nie entdeckt, aber hey, jetzt wissen wir es, was los ist. Und ja, jetzt geht es hoffentlich weiter als im letzten Part, wo wir viel erzielt haben. Und ja, Rückgang, gut, oh, oder waren wir hier schon? So, gehen wir mal hier durch, das Moni und deaktivieren. Ja, ja, so einfach geht es, he he. Oh, nein. Ja, gegen so einen Fetten hat er auch in dem Part gekämpft. Aber ich will jetzt nichts spoilern oder... Naja, könnt ihr euch mal anschauen, was wir von ihm jetzt auch ge- let's playt. Aber naja, wie gesagt, ich fand's nur doof, dass er mal geladet, geladen hat. Und nicht hier durchgespielt hat. Oh, steh- oh, alter. Damn. Und den Trich hat er mir auch gezeigt, wie man in die Seele reinkommt. Äh, herab die folgende Trümer vom Abflussrohr. Wo ist das Teil da, oder was? Äh, sieht... Sieht ein... Kommt ein... Wasserhahn ähnlich, oder? Puh. So, und hopp-di-hopp. Und dann sind sie wieder... Na, töten wir sie noch? Klar töten wir sie. Ich bin ein Sniper, ein Pro. Bam. Alter, das ist ziemlich praktisch. Dass so die Seele ne kommen. Alter. Gut, dass ich mir das mal angeschaut hab, aber... Schade, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin. Na ja... Muss man durch. Und hopp. Hopp-di-hopp. He-he. So. Ach, da bist du. Fred. Hi, Fred. Das sind jetzt alles Freds. So, jetzt. Also, es gibt... Also, es gibt... Na, komm her. Sniper-Action. Ja, bitte. Sniper-Duel. Scheiße. So, komm her. Komm her. Zeig dich, komm. Fuck. Na, komm. Fuck. Jetzt, äh... Nee, what? Jetzt aber. Bam. So. Und wie gesagt, ich muss diese Wache unbedingt mal... ...wo eintaufen. Hallo, die hat einen Kurzschluss. Oh. Oh, was sieht ja See-einland aus. Das wird uns wohl hier erwarten. Erstmal grüne Viecher. Und ja... ...battieren wir das mal. So, wieder so ein Teil. Können wir doch. Hätten wir denn einfach durchgehen müssen, oder was? Ähm... Oh, nee. Ich dachte, du hast hier einen Freund. Weißt du, der stand auch friedlich an diesem Teil hier. Zeitphasen-Stairs. Aha. Och, nö. Hab doch grad meinen Führerschein. Ich bin nicht nochmal. Aber es sein muss. Oh, Mann. Das sieht nach Minen aus. Ich kann mal entgegenfahren. Oh, wo bist du? Hä? Oh, wo bist du? Und hier komm ich denn, oder? Oh, scheiße. Snackle-Duell. Mal wieder. Nee. So ne... So ne... So ne... Nahkampfwaffen gab's noch nicht. Oh, nicht in der Zukunft. Dann wär' jetzt hier keine Nahkampfwaffen mehr. Dann wär' jetzt ja Fährenkampfwaffen. Und ja. Und ne Rotzange sowieso nicht. So. Was soll ich hier? Absurd. Könnte ich durchschauen. Oh da, ein Symbol. Naja. Und hinauf. Oh nee. Hä? What the fuck? Ach so. Ist wahrscheinlich gestorben. Durch die Explosion wahrscheinlich. Hm. Oh nee. Noch irgendwas hier? Nee. Schade. Gut. Anscheinend sollen wir jetzt da durch. Und wir fahren durch das Abfluss. Wow. Ah. Oh, scheiße. Scheiße. Na ja. Aufreibe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich darf nicht sterben. Hä? Der Nudu. Hä? Wieso bin ich jetzt tot? Ist ja doof. Böse, böse. Töten wir, Alter. Ohne mich zu fragen. Nee, nee. Das gefällt Psycho-Steven gar nicht. So, Psycho-Steven. Hä? Oh, scheiße. Gibt es hier noch was? Gibt es hier auch nichts. Wo? Oh. Ey. Ey. Komm schon. Gib mal eine Chance. Ey. steht vorstehen dem ist auch dauernd und ja es riecht nicht gut es stinkt es sieht nach gas aus soll ich noch dazu sagen ich weiß nicht ich weiß nicht die lese schauen sie noch komisch aus aber das gas stinkt ich mache mir eher so um das gas dass ich hier stinke und nicht durch blitze sterben ist auch so ja ja gas ist das tödlichste was gibt gas haut dich sofort um und kriegst nicht mit dass du gas einatmen ist ja außer wenn es so aussieht und stinkt dann kriegst du es mit garantiert aber ob es dir noch hilft er reistet schon denn nun traktor stahl ist ja cool lol was sehen wir auch nicht so Das scheint mir ein Freund zu wollen, also gehen wir mal hier lang. Und anscheinend sind wir richtig. Steht da? Zeitphasenstatus. Ah, so. Aha. Hier ist nix. Können wir da rein? Können wir? Können wir? Nö. Anscheinend müssen wir die Laserstrahlen ausmachen. Anscheinend. Nur, wie sollen wir das anstellen, wenn wir nicht reinkommen? Und nein, ich schaue nicht nochmal nach. Ah, okay. Äh, hat viel gebracht, muss ich jetzt sagen. Ach, komm schon. Oder hier? Gibt's ja was? Äh, auch nicht. Hier. Hm. Schwere, schwierig, ne? Schwere Wurz. Können wir da rein? Bitte, bitte. Ach, komm schon. Ach, ey. Ähm. Hätte er sehen können. Mann, verdammt. Okay. 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 Ich gehe nochmal für die anderen Teil. So. Okay. Vielleicht sollte ich die ganzen Teile aufmachen, können ja so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Kraftfelder aktivieren. Aber erst nicht öffnen, erst mal die ganzen Teile. So, welches denn noch nicht offen? Das Teil da hinten. Also gehen wir mal hin. Allerdings strafen die Kohl. Oh, und dramsetzen. Gut. So, wo ist denn die Kunden da? Gut. Was fehlt denn noch? So, eigentlich fehlt der nur noch das Teil aufzumachen. So. Gucken wir auch nicht rein. Aber was bringt das jetzt? Ne, der bringt gar nichts. Da kommt kein Strahl raus. Aha. Ich glaube, ich weiß jetzt. So. Ach, Traktor. Genau. Cool. Kriege ich den hier hoch? Komm schon. Komm. Oh. Los. Geht's nicht. So. Hm. Das Teil scheint kaputt zu sein. Und der scheint ganz viel Energie zu haben. Da ist halt gar kein Teil. Vielleicht kaputt machen. Oh, oh, oh. Ist das eine Batterie oder was? D, 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 d. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist also die Batterie, die wir rausholen müssen. Jetzt verstehe ich. Aber ich war schon richtig. Irgendwann die Teil, da müssen wir machen. Aber dass hier, dass da eine Batterie ist, wusste ich nicht. Ey. So. Oh. Geiße. So. Ein Teil noch, oder? Ist hier noch was? Wo ist es? Wo ist es? Ach da. Da haben wir noch eine Patty-Fanferne. 2 sogar. Oh, scheiße. Da haben wir noch so eine Verfolgungs-Rakete. Ey, komm schon. So unfair. Ihr seid zu zweit und ich hier alleine. So. 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 Ja, ich musste die Seele einsammeln. So. dann holen wir uns mal die letzte batterie da kommen habe ich die batterie gut gut also sind wir hier fertig bevor ich da durchfahre, wende ich den part oder mache ich noch ein paar minuten ich mach mal noch ein paar minuten, vielleicht ist gleich diese ab vorbei oh scheiße ey komm schon, das ist nicht fair hoch, hoch, hoch ist so äh, lol konnte mit ihm spielen so, und jetzt? aufladen oder wie? äh, gehts hier weiter ich will hoch, ich will hoch, ich will hoch na gut, anscheinend ach, wir kommen noch was ist da unten kommen wir so defektes rohr, das brennt sehr sicher so, was steht da? wahn- und biorganischer Schadenbereich verliegelt ach ne, ne ach ne, ne na, gift eget er hat gepupst er hat gepupst ja, kriegen wir die Seele? ach so oh die fuck noch mehr feuer die wegfeuern feuer wahrscheinlich wahrscheinlich sind wir hier richtig ups können wir hier machen? nicht hm ach ich sehe schon ich sehe schon wir müssen da rauf und das war's und wo? so ich würde sagen machen wir erstmal bei Part Ende, ne ja oder? ja, Part Ende gut ich speicher fix ich speichern ja apropos bei dem let's pay wo ich geguckt habe, ne von Grand hatte ich ganz schön oft gespeichert und viel geladen wahrscheinlich lag es daran dass er nicht wusste dass man sterben darf aber wer weiß ist das schon und trotzdem ich versuche weiterhin ohne sowas auszukommen weil ich ja weiß ich kann sterben so oft ich will ich spiele es trotzdem nicht game over so hoffe ihr hattet viel spaß und hoffe wir sehen uns bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschaaa ne das geht schwur tschüss bis zum nächsten mal